so weiter geht es wieder mit neun solo runde wieder mit einem höcher aber diesmal mit dem mori jetzt mal spiele ich das ganze ding alles denn anders obwohl ich gehe wieder auf mein auto helfen dann kann ich es irgendwie besser mal gucken wie viel wir heute kriegen jetzt mal war ja nur einer so 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 Ja. Schauen wir mal, weil wir halbwegs vernünftig sind, von meinem Level her. Die Leute bekommen jetzt die letzten drei Runden, die waren ja Katastrophe. Aber ja, gar nichts. So, gleicher Perk wie letztes Mal, nur diesmal. Und dann hoffentlich mehr Glück jetzt. Das ist doch schon der erste. Na, auch wieder so ein Dings-Heini. Oh, leck mich doch. Ja, komm her. Zieh die Palette. Ich seh dich. Ich weiß, dass du hier das jetzt... Komm, spiel. Zieh. Ah, ich hab keinen Bock, das Spielchen jetzt nochmal ewig mitzuspielen. Ja, spiel mit deiner Schatzhandel, dann bedroß ich mich nicht. Ich glaube, du kriegst ein Facecam, wenn ich das sehe. Sind das jetzt zwei, glaub ich. Oh. Hier mit euren Scheiß-Darschen-Lampen, ne? Ich schwöre. Ja, spiel weiter, komm. Ist mir egal. Das sind auf jeden Fall wieder keine Zwanziger dabei. Das sind wieder keine Anfänger dabei. Ja, spiel, komm. Klicke mit deiner Scheiß-Taschen-Lampe. Du kriegst ein Facecam, du voll... ...vollein. Aber die spielst du auch wieder so clever. Die versucht nämlich, mich jetzt rauszuziehen die ganze Zeit. Und dass sie die ruhige Generatoren ziehen können. Also das Midwaking definitiv in diesem Spiel ist kaputt. Komm mal her, hier. So, der Nächste. Da oben steht so schön mit der Taschenlampe. Oh, den sehe ich auch hier. Oh, spielst du wieder nach. Ach, mein Gott, geh mir nicht auf den Sack, ey. Ja, spiel weiter. Komm, ist okay. Ich lasse mich aber auch jedes Mal wieder draufziehen. Draufziehen. Die rennen in der Scheiß-Taschen-Lampe da her. Die will nicht sagen, dass ich draufgehe. Dass ich wieder dran gehe. Fuck. Jetzt ist jemand verzogen. Hab dich. Im Keller hast du keine Chance, mein Freund. Jetzt ist jemand noch nicht in den Schrank. Ach, ich leck mich doch. Zu früh. Naja, also irgendwie momentan echt jetzt so der letzten Rundmatz. Ich kenne fast mehr. Und es ist jedes Mal die, es ist die, die eine, die mich da hindelt. Jawohl. Mitgenommen noch durch die, durchs Fenster. Komm her, hier. Oh, die Alte geht mir auf den Sack mittlerweile. Ja, spiel weiter. Ey, ich schwöre. Ich schwöre, dann scheiß, äh, die ist kaputt. Geh mir nicht auf den Sack, ey. Die habe ich dreimal jetzt schön mit der Palette, mit der, mit der, mit der Taschlampe. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Ich schwöre, es geht mir echt. Also mittlerweile rege ich mich jetzt gerade auf. Also da war. Ja, scheiße. Äh, es ist zum Kotzen gerade jetzt. Ich schwöre, die kriegen ein Facecam, wenn ich die kriege. Soll ich die kriegen? Ich habe nötig noch, Gott sei Dank. Zu früh. Scheiße. Sieht durch, ne? Ja. Ich will nur die eine. Alle anderen sind mir scheißegal gerade. Komm, probier's. Ach, mein Gott, Alter. Du mit deinem scheiß Kindergarten, ey. Hab den. Die wird jetzt da rumtanzen gleich. Pass mal auf. Ah, das ist mir so klar. Ich. Ja, spiel noch. Komm, wie oft. Klick, 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 klick. Klick, klick, klick. Nee. Die ist jetzt hier wieder da. Pass mal auf. Nee, der ist noch nicht. Pass auf, der ist jetzt wieder. Da ist sie wieder. Och, gehst du mir auf. So, die eine. Der hängt. Wir sind jetzt hier gleich wieder weg. Die ist das. Die ist das die ganze Zeit. Siehst du? Ja, ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Also, das ist gerade das, weil sie sie drei, vier hintereinander setzt. Die ganze Zeit. So, jetzt. Ich hab leider kein Mori drin. Das ist das Problem an der Sache. Ja. 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 Scheiße. Ich will nur die eine. Ich will nur die. Du sagst mit der Scheißtappel. Mit der Drextaschenlampe, Alter. Komm, Feigling. Trau dich. Komm her. Oh, bist du ein Feigling, ey. Boah, gingen die mir auf den Piss mit dieser Scheißlampe. Die sind doch definitiv nicht an. Nein, das sind alles keine Zwanziger. Ja, ja. Wohinab. Ja, es geht. Aber wer war das denn mit der Taschenlampe? Die ist 14. 14, ey, ja. Das ist genau das, was ich halt, wo ich mich jetzt aufrege. Weil viermal, dreimal, viermal mit dieser scheiß Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet. Oh Gott, Alter, ist das echt lächerlich mit so Leuten. Vor allem mit so Rängen, weißt du, wenn du so 20 umkommst auf dem Video, wo dich halbwegs ein bisschen runterziehen können. War früher ja so. Mittlerweile ist es ja nicht mehr. Das ist das Problem, meine Sorge. Ach Mann, das ist zum Kotzen gerade. Hm? Ja, man muss ja mal wieder Glück dabei sein. So, naja, mal gucken.